Das Geheimnis der Profis Fitline – Resultate erleben Skispringen, Biathlon und Skialpin – drei unterschiedliche Wintersportarten. Doch die Anforderungen sind ähnlich. Ausdauer, Kraft, Konzentration und schnelle Regeneration sind dabei die wichtigsten Komponenten. Mit PM International und den Produkten der Fitline-Serie hat der deutsche und der österreichische Skiverband einen verlässlichen und kompetenten Partner gefunden. Warum haben wir uns für Fitline entschieden im Skiverband? Es ist eben wichtig, dass ein Hersteller mal garantiert für die Sicherheit des Produktes in Zeiten wie diesen, wo Doping natürlich ein gefährliches Thema ist, muss man davon ausgehen, dass diese Produkte alle astrein sauber und auch getestet sind. Das war natürlich der erste Schritt, wo Fitline für uns eine Garantie abgegeben hat und nur Produkte an uns ausliefert, die getestet sind. Die Ernährung ist natürlich ein wichtiger Tipp. Wie ausgewogen ernährt sich ein Athlet? Und da spielt natürlich unser Partner Fitline eine große Rolle. Wir legen sehr viel Wert, dass das ausstattungsmäßig von den Athleten her wirklich abgestimmt ist auf sie. Der Athlet selber bestimmt im Grunde genommen, was ihm gut tut, was er verträgt. Dahingehend ist es die breite Palette, die Fitline bietet bei uns, die die Sportler gern haben. Es ist nicht jeder gleich, so ist es auch in der Zusatzernährung sehr wichtig, dass der Sportler auf verschiedene Präparate zurückgreifen kann. Und auch dort bietet Fitline für uns die ideale Palette an Produkte. Also rundherum, wenn ein Partner diese Voraussetzungen erfüllt und auch mit uns arbeiten will, was ja auch eine Voraussetzung ist, im Sport tätig sein will, sie mit dem Ganzen identifiziert, dann gibt es nichts Besseres, als wir die Kooperation, die wir mit dem Partner Fitline haben. Und ich wünsche mir noch viele Jahre mit Fitline, dass es so weitergeht und dass wir uns noch in vielen Dingen auch ergänzen werden. PM International, ein globales Unternehmen, das mit seinen Sportpartnern für Weltklasseleistungen sorgt und breiten Sportlern zu persönlichen Höchstleistungen verhilft. Mit den Fitline-Produkten ist alles möglich. Über 50 Millionen verkaufte Produkte und weit über 100.000 Kunden nutzen die Fitline-Produkte täglich. Profitieren auch Sie davon. Fitline. Resultate erleben.